Tierversuche in Kosmetik und was Sie darüber wissen sollten. Seit dem 11. März 2013 sind EU-weit Tierversuche verboten. Was heisst das genau? Kann man wirklich darauf gehen, dass keine Tierversuche mehr gemacht werden dürfen? Herzlich Willkommen, ich bin Nadja Pythorn, Kosmetikexperte im Bereich Inhaltsstoffe und werde Ihnen heute dieses genau erklären. Ich stehe mit meiner Firma Beauty Pythorn für ethisch korrekte Produkte. Also, Tierversuche sind seit dem 11. März 2013 verboten. Was heisst das genau? Das Gesetz gilt leider nur für Endprodukte, also zum Beispiel die fertige Creme und rein kosmetische Inhaltsstoffe. Was sind rein kosmetische Inhaltsstoffe? Rein kosmetische Inhaltsstoffe sind Stoffe, die nur für Kosmetik eingesetzt werden. Also, wenn ein Stoff zum Beispiel noch für Wandfarbe oder Medikamente eingesetzt wird, ist da kein rein kosmetischer Inhaltsstoff mehr. Das heisst, dann darf er wieder an Tieren getestet werden. Dies ist ein unglaubliches Schlupfloch, da leider ca. 80-90% in herkömmlicher Kosmetik keine rein kosmetischen Inhaltsstoffe eingesetzt werden. Ja, also wie Sie merken, es ist unheimlich schwierig, sich da zurechtzufinden. Und darum mache ich auch dieses Video. Dann kommt dazu, dass wenn eine Firma, eine Kosmetikfirma, ihre Produkte auch in China anbietet, dann sind automatisch Tierversuche gemacht worden. Das ist, weil da Tierversuche sogar vorgeschrieben sind. Also, an jedem Produkt werden da Tierversuche gemacht. Ja, also sehr schwierig. Dann kommt noch dazu, dass es verboten ist, also das EU-Wettbewerbsrecht verbietet Selbstverständlichkeiten. Das heisst, alles, was verboten ist, darf nicht explizit geworben werden. Das heisst, ein Kosmetikhersteller darf auf seiner Webseite nicht schreiben, explizit, wir machen keine Tierversuche. Das ist auch verboten, das so zu schreiben. Also, Sie merken, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, da irgendwie einen Durchblick zu finden. Gut, also, und jetzt kommt es. Wie erkenne ich denn jetzt nun, wo werden Tierversuche gemacht und wo nicht? Also, es ist so, zum Beispiel hier, dieses Zeichen, das ist der Hase mit der schützenden Hand. Das verwendet zum Beispiel Sanol Biokosmetik und Martina Geppertich auch in meinem Shop anbiete. Gerne verlinke ich euch das noch in der Infobox, was das ganz genau bedeutet. Es heisst nämlich natürlich auch nicht, dass wenn man jetzt diese Hase nicht trägt, dass man dann Tierversuche macht. Das heisst es natürlich auch nicht. Genau, es ist einfach so ein bisschen ein Richtwert, dass man weiß, gut, dass man einfach ein bisschen weiß, auf was kann man sich wirklich verlassen. Genau. Ja, und natürlich auf meinem Shop finden Sie keine Produkte, an denen Tierversuche gemacht werden oder in Auftrag gegeben wird. Das ist mir ein unheimlich großes Anliegen. Darum mache ich auch dieses Video, weil ich es ja eben nicht auf meine Webseite schreiben darf. Ja, ja, ich glaube, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Gerne macht mir einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere solche Infos wollt, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ja, bye, bye.